So, da bin ich auch schon wieder zurück und ihr seht schon, ich probiere heute mal was ganz anderes aus, nämlich Yu-Gi-Oh! Master Duell. Ist anscheinend jetzt gerade kostenlos für alle Plattformen, ich habe es nur gerade zufällig im Shop auf der Switch entdeckt. Also, wenn ihr Bock habt, guckt gerne rein und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Kann auch sein, dass mir das nicht so liegt, dann kann es auch natürlich auch möglich sein, dass wir danach direkt in Mario Kart wieder reingehen. Also, einfach mal vorbeischauen, gucken wie es aussieht und in dem Sinne, haut rein!